Wie geht es um ein Porträt meiner Eltern? Wie geht es um ein Porträt meiner sehr alten Eltern? Mittlerweile sind sie gegen die 90. Ich hoffte damit auch ein Porträt einer jetzt verschwindenden Generation zu machen, einer Generation, die unser Land geprägt hat. Es ist die Generation, gegen die man sich am heftigsten abgesetzt hat von, würde ich fast sagen, jetzt allen Generationen, Konflikten, die ich mir erinnere und mir vorstellen kann, auch in der Vergangenheit, der Ehe stattgefunden hat. Der Untertitel ist ganz wichtig, die Liebe meiner Eltern. Das ist doppeldeutig, nicht? Das beinhaltet sowohl ihre eigene Ehe, ihre persönliche Liebesgeschichte. Andererseits natürlich beinhaltet es auch die Frage, die Liebe der Eltern zu ihren Kindern und umgekehrt. Geistig stimmen wir ja nicht überein. An jedem Hochzeitstag müssen wir uns sagen, es ist einfach ein Wunder, dass wir noch zusammen sind. Das ist typisch für die Generation. Man sagt entweder Ja oder Nein und das gilt dann. Ich habe die Gespräche immer einzeln geführt, also entweder mit Mutter oder mit Vater. Und immer dann, wenn der andere wirklich nicht da war. Und das war sehr bewusst, weil die hätten sich total blockiert gegenseitig. Wenn er am Abend nach Hause kam, musste er immer noch seine Berichte schreiben. Bis weiss ich wann. Und wenn er eine Seite vollgeschrieben hatte und da war ein kleiner Fehler, dann hat er die ganze Seite nochmals abgeschrieben. Ich versuche mir eine möglichst vielversprechende Versuchsanlage zurechtzulegen am Anfang einer Arbeit. Und dann geht es los und dann ist das für mich ein persönliches Abenteuer. Ich glaube, etwas vom Wichtigsten, was ich gelernt habe, ist zuzuhören. Ich habe meinen Eltern nie wirklich zugehört. Ich wurde sofort wütend oder habe sofort interveniert. Es kam immer wieder zu diesen Differenzen. Unter anderem, weil beide Seiten rechthaberisch waren. Ich habe immer nur die rechthaberische Seite meines Vaters gesehen. Als Regisseur wurde mir plötzlich klar aufgepasst. Ich bin im Grunde genommen genau gleich. Und wenn ich das jetzt mache, dann bremse ich meine Eltern und dann habe ich verloren. Dann wird da nichts aus diesem Film. Ich bin als Sohn hier zweifellos, aber ich bin vor allem auch als Regisseur hier. Ich muss jetzt einfach mal zuhören und zuschauen. Da habe ich plötzlich viel mehr erfahren und viel mehr kapiert, auch aus der Welt und vom Denken von meinen Eltern. In der Bibel steht, die Frau sei dem Mann untertan. Da kann sie besser erzählen. Aber ich frage jetzt dich. Der Mann ist das Haupt der Familie, heißt es. Mich interessieren diese Begriffe, Dokumentarfilme und so weiter, eigentlich überhaupt nicht. Mich interessiert das Kino, gutes Kino, guter Film. Wie weit das fiktional ist oder dokumentarisch, je mehr sich das vermischt, umso besser. Weil ich denke, dass die fiktionalen Teile sehr oft sehr viel ehrlicher sind, als die Behauptung von Realität in den dokumentarischen Teilen. Also insofern hat mich das von ihm schon immer sehr interessiert, die Filme zu inszenieren. Ich glaube, ich mache nicht wirklich so Dokumentarfilme in diesem Sinne. Zum Beispiel die Angela Merkel. Ich meine, klar, wenn sie auf diesen Fotos als einzige Frau in einem Männergremium drin steht, da kommt sie sich wahrscheinlich groß und wichtig vor. Es war von Anfang an klar, dass ich ein Kaspertheater einsetzen werde, weil ich heute diese Situation nicht wollte. Dass ich ihnen einfach das Mikrofon ins Gesicht strecke und ganz persönliche Fragen stelle und sie sind an dem exponiert, nicht? Mit ihrer ganzen Ehrlichkeit, die sie haben. Habe ich das Kunstmittel des Kaspertheaters einsetzen wollen, damit die Figuren stellvertretend in ihrer Art Niedlichkeit, die sie haben, das überhaupt erträglich machen? Mit diesen minimalen Mitteln diese ganz komplexen Inhalte ausdrücken. Ich wusste nicht, ob das funktioniert. Und wenn da einer putzt und kocht und Kinder hütet und die Frau muss arbeiten gehen, so ist das von mir aus gesehen ein Ausweichen vor der Normalität. Ich habe zu Hause bei meinen Eltern immer allein gearbeitet. Das wäre unmöglich gewesen, dass da noch eine Ägypte dabei ist, ein Tonmensch oder ein Kameramann. Ich habe das selber gemacht und das hat auch sehr gut funktioniert schlussendlich. Hingegen die ganzen Aufnahmen dann mit dem Figurentheater. Das war ein richtiger Spielfilmdreh. Irgendwie hatte man als junger Schweizer schon fast die Gewissheit, dass uns nichts passieren wird. Mutter hat gesagt, sie hätte sich sehr gefürchtet vor dem Resultat und sie sei jetzt sehr erleichtert, als ich den Film gesehen habe. Es sei ein feinfühliger Film. Vater hat gesagt, ja, er sei einfach derart fasziniert gewesen, vom eigenen Porträt auf der großen Leinwand zu sehen, ob er alles richtig macht, ob er gut aussieht, ob er keinen Blödsinn redet, vor allem ob sein Garten gut aussieht, ob das alles durchkommt, dass er im Grunde genommen den Rest des Films nicht so richtig wahrgenommen hätte. Und er war vor allem zufrieden, dass er auf dem Poster schlussendlich dann als Hase auftaucht und nicht als Gesicht. Also insofern hat er auch die Funktion dieser Figuren auf Anhieb begriffen. Aber ich habe den Max wahnsinnig gern. Er hat so viele Qualitäten. Über alle anderen Themen hinweg ist es ein Film über die Liebe, über die Komplexheit. Also wenn man meine Eltern sieht, dann denkt man ums Himmels Willen, wie können diese Leute zusammen mehr als 60 Jahre ihres Lebens verbringen. Die Liebe ist unerklärlich. Sie lieben sich. Die Liebe ist unerklärung. Untertitelung des ZDF, 2020